Norddeutscher Rundfunk 2021 Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Ärger doch mal. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind hier stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, sie ist... War das nicht so? Just give up, dammit! Sie sind wieder auf die Schicklau! Sie sind jetzt zurück in den Panzerschreiten! Sie sind wieder auf die Schicklau! Sie sind wieder auf die Schicklau! Ich bin jetzt auf die Schicklau! Nein! Nein! Nein!